Prothetik, Funktion und Arztetik mit Prothetik wiederherstellen Prothetik ist ein Bereich der Zahnmedizin, der sich mit dem Ersatz von fehlenden Zetaninen und Geweben befasst. Es kann FA ein Viertel der Menschen, die aufgrund von Krankheit, Verletzung oder genetischen Faktoren Zetani verloren haben, eine lebensverändernde Lassung bieten. Mit Prothetik kann ihnen nicht nur die Funktion und Arztetik des Gebisses wiederhergestellt werden, sondern auch das Selbstvertrauen und die Lebensqualität verbessert werden. Funktion der Prothetik. Prothetik spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung der Kauffunktion und der Sprechfähigkeit. Durch den Ersatz fehlender Zetaninen-Probleme beim Kauen und Sprechen vermieden werden. Da ein Viertel BER hinaus Karninen-Prothesen auch dabei helfen, die Gesichtsstruktur zu erhalten und die Belastung auf die verbleibenden Zetani zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Prothesen, die je nach Bedarf des Patienten eingesetzt werden Karninen. Teilprothesen werden verwendet, um La ein Viertel Zeten in einem Gebiss zu FA ein Viertel Lenn, wachrend Vollprothesen alle Zetani in einem Kiefer ersetzen. Implant abgetragene Prothesen bieten eine sichere und stabile Lassung FA ein Viertel R diejenigen, die keine ausreichende Knochenstruktur FA ein Viertel R herkammliche Prothesen haben. Arztetik der Prothetik Neben der Funktion spielt auch die Arztetik eine wichtige Rolle bei der Prothetik. Ein Latschellen mit fehlenden Zetaninen kann das Selbstbewusstsein beeinträchtigen und dazu FA ein Viertel rennen, dass sich Menschen unwohl FA ein Viertel rennen. Prothetische Lassungen wie Kronen, Bra ein Viertel Zeten und Implantate Karninen dazu beitragen, das Aussehen des Gebisses zu verbessern und ein Natter ein Viertelriches und astetisch ansprechendes Latschellen zu erreichen. Ein erfahrener Prothetiker wird eng mit dem Patienten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Prothese sowohl funktional als auch astetisch den Bäder ein Viertelöffnissen entspricht. Die Farbe, Form und GAAI der Zetani werden sorgfaltige Ausgewahrer LT, um ein harmonisches Erscheinungsbild zu erzielen. Moderne Materialien und Technologien ärmer glichen es, Prothesen herzustellen, die kaum von Natter ein Viertelrichen Zetaninen zu unterscheiden sind. Lebensqualität mit Prothetik. Die Wiederherstellung der Funktion und Arztetik mit Prothetik kann einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität eines Menschen haben. Durch den Ersatz von fehlenden Zetaninen kann ihn Schmerzen und Beschwerden beim Essen vermieden werden. Ein verbessertes Aussehen kann dazu beitragen, das Selbstvertrauen zu stärken und soziale Interaktionen positiv zu beeinflussen. Dara ein Viertel BER hinaus kann ihn Prothesen dazu beitragen, die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Durch die Wiederherstellung der Kauffunktion kann ihn Menschen eine ausgewogene Ernährung beibehalten, was wiederum das Risiko von ernahrungsbedingten Krankheiten reduzieren kann. Ein gesundes Gebiss ist auch wichtig, F1 Viertel ER die allgemeine Wohlbefinden und kann dazu beitragen, das Risiko von Zahnproblemen wie Caries und Zahnfleischerkrankungen zu reduzieren. Insgesamt kann Prothetik dazu beitragen, das Leben der Menschen zu verbessern und ihnen ein strahlendes Latschellen zu geben. Es ist wichtig, rechtzeitig einen Zahnarzt aufzusuchen, wenn Zetani fehlen oder beschadigt sind, um geeignete prothetische Lasungen zu finden. Mit fortschrittlichen Technologien und Materialien bietet die Prothetik eine vielseitige und effektive Magglichkeit, die Funktion und Aesthetik des Gebisses wiederherzustellen. Fazit Prothetik ist ein wichtiger Bereich der Zahnmedizin, der dazu beitragen, die Funktion und Aesthetik des Gebisses wiederherzustellen. Mit modernen prothetischen Lasungen kann ihn fehlende Zetani effektiv ersetzt werden, um die Kauffunktion, Sprechfähigkeit und Aesthetik zu verbessern. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Patient und Prothetiker kann ihn individuelle Lasungen gefunden werden, die den Bäder ein Viertlerfnissen und Warenviertlenschen des Patienten entsprechen. Prothetik kann einen erheblichen Beitrag zur Lebensqualität leisten und Menschen ein strahlendes Latschellen und Selbstvertrauen geben.